Deswegen machen sie es ja früher, heute kann man es natürlich leichter filmen, aber deswegen hat man früher ja immer den Sportlern an jedem Gelenk eine Lampe angebracht, in den dunklen Raum gestellt und dann das gefilmt, damit man sieht, wie der Arm sich bewegt. Und jetzt sehen wir also, Hand-Ellbogengelenk ist fixiert, Handgelenk ist fixiert und jetzt kommt, und ihr seht, wenn ich das jetzt so schreibe, alles aus dem Schultergelenk heraus, dann entsteht das hier. Und jetzt kommt, jetzt kommt der Druck der Finger. Seht ihr? Das ist jetzt die Essenz des Essenopolis. Wenn du diesen, wenn du meinen Ab smokern... Wenn du Luca und es du dann hier zu machen... ...Dra째... Okay, dann, irgendwie.